Hallo und herzlich willkommen zurück im Ötland bei Fallout 4. Ja, ich komme hier einfach nicht weg von der, von meiner kleinen Base. Ähm, warf hier vielleicht runter? Ja. Komm, ich habe nämlich noch ein bisschen Zeug wiederbekommen. Äh, schade, dass es hier kein Untermenü gibt. Kampfmesser, uh, das ist gar nicht mal schlecht. Ich möchte dem nämlich auch noch ein bisschen was geben hier zum Anziehen. Linkarm, rissen wir den mal komplett nämlich aus hier. Ähm, in Unterhosen, okay. Okay. Ach, bei dem ist der Lederkombi komplett. Ne, der Allzweck-Overall. Das haben wir jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist gerade mit Lederkombi. Ja, mit Lederkombi passt das Ganze wieder. Ja, der Allzweck-Overall. Achso, das ist bei dem komplett eine Klamotte. Ja, dann zieh das mal an und gib mir den Rest wieder zurück. Ähm. Haben wir sonst noch was? Wir kommen, dann bekommen nämlich die anderen noch was zum Anziehen. Ja, die sieht nett aus so. Wo ist die Granny? Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Ja. Jetzt machen die alten Knochen nicht mehr mit. Hey. Ohne Camps bringt das durch der Auge nichts. Hast du das, Jet? Äh. Ha. Äh, später. Ich bin noch immer auf der Suche. Gut, ich warte weiter. Okay, der kann mir anscheinend jetzt nichts geben. Der hinten hat selber Ausrüstung und hier läuft auch noch. Ach, Melonen haben wir auch noch. Ach, da ist er ja. Okay. Ja, reden wir mal hier. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Komm. Es gibt was zum Anziehen. Es gibt was zum Anziehen. Ganzes Lederzeug. Äh, ein Leder-Kombi. Hanisch. Ding, dang, dang. Was hat er denn gehabt? Unterhemd und Jeans. Ja, okay. Da ist das auf jeden Fall mal besser. Äh, Impropistole. Patronen dazu. Ja, das soll schon mal rechnen. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid der Tinken sehen. Äh, nee, nicht wirklich. Aber ist das geil? Hier haben wir Essen. Hier haben wir Essen. Komm, bleib mal hier. Äh, und wir können jetzt aber hier noch ein bisschen was bauen. Zum Beispiel noch mehr Melonen. Ähm, Melone auf dem Boden. Komm, bitte. Okay. Wenn das hier schon ein schöner Garten ist, dann können wir doch hier was anpflanzen. Ist anscheinend nicht ganz so einfach. Mach mal eine Melone. Komm, hier ist doch überall Platz. Nochmal. Jetzt haben wir schon Essen drei. Wir können aber noch mehr. Ähm, Mais können wir nicht. Karotte. Karotte können wir uns zum Beispiel. Ja, geil. Haben wir noch irgendwas? Blaschenkürbis. Cool. Vier Nahrungsdinger haben wir schon. Leider haben wir nicht mehr. Ja, ja, das wächst schon. Das wächst schon. Geil. Okay, jetzt können wir aber wirklich nochmal unseren Stuff hier loswerden. Glaube nämlich sogar, dass man das hier in der Rüstungswerkbank verhackstücken kann. Äh, wenn wir was hätten. Wir hatten doch, wir hatten doch gerade noch Zeug dabei. Kleidung. Hier, wir haben doch noch. Sack Kapuzi mit Schläuchen. Hier zum Beispiel Raiderleder. Ach, das packe ich mal alles drüben auch in die Kiste rein und dann geht es endlich wieder los. Wir haben hier schon wieder, wieder eine Viertelfolge. Ja. Vertan möchte ich eigentlich nicht sagen, aber das ist, äh, das ist so fasseln, äh, fesseln, finde ich das Ganze. Wie könnte ich zocken, 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 zocken. Ja, die Vault-Tec-Sachen oder Vault-Anzüge können wir auch mal da lassen. Ah, die Pistole auch noch. Fisch, Leder, Messer, Ordner. Ansonsten bin ich hinterher wieder total über, überfüllt. Kampfmesser nehme ich mal mit. Impro-Gewer-Standardvisier weg. Impro-Pistolen, vier Stück weg. Ja, das passt. Komm, los, Hund. Wir gehen. Kann man hier was ernten? Ja, Klingkorn können wir schon wieder ernten. Dann kann ich den doch noch schnell anpflanzen. Zip. Passt. Okay, dann können wir gleich noch mal mit dem Sturges reden. Wo ist er denn? Na? Ja, schon, gell? Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ah, Verteidigungserlagen. Habe ich schon. Ich kümmere mich drum. Alter, wir haben, äh, einen Geschützturm. Hey, Sturges. Ich glaube, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber, na, ich glaube, das passt. Dein Zuhause. Fühlt sich gut an. Ja, nicht mein Zuhause. Ich helfe gern. Ich bin nur freundlich. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Ja. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Genau. Jawoll. Ka-ching. Und schon gibt's ordentliche Erfahrung. Aber jetzt geht's endlich hier los. Wieder auf Erkundungstour. Ähm. Also man sieht, je mehr man hier aufbaut, desto eher ist dann anscheinend die Gefahr für einen Angriff. Er ist ja ganz klar, wenn's was zu holen gibt, dann kommen die Raider. Aber, ich weiß gar nicht, es ist grad ein Problem. Ich würd hier so gern so viel zocken. Aber, ja, das kann ich natürlich nicht alles aufnehmen sofort. Ansonsten bin ich da, keine Ahnung. habe ich 500 Folgen hier auf Lager. Und da bin ich grad am überlegen, ähm, falls es nicht schon passieren sein sollte, wenn diese Folge heraußen ist, dass ich vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen mal ein Stream anwerf. Äh, ist in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen, das Streamen, aber es liegt halt einfach immer an der Zeit. Die liebe alte Zeit. So. Wir gehen weiter. Ah, hier hinten wäre noch... Ich weiß gar nicht, wie weit ich mich schon so ins Inland wagen soll. Hier hinten zeigt's mir noch irgendeinen Ort an. Ich glaube, ich halte mich mal eher ein bisschen an die Wege. Können wir eigentlich auch mal schnell speichern. Ja. Nee, ich finde das Spiel wirklich verdammt fesselnd und könnte ich durchsuchten. Andere, die sind auch... Es gibt ein paar andere, ähm, YouTuber, die hauen natürlich pro Tag grad 5, 6, 7, 8 Folgen raus. Aber es ist halt immer ein... Naja. Ja, Hund, was los? Es ist natürlich immer ein Problem, denn... Äh... Es hat ja nicht jeder jeden Tag Zeit, hier stundenlang YouTube-Videos anzugucken. Leider Gott ist. Ich könnte natürlich auch jetzt jeden Tag, wenn ich hier ein bisschen zocken will, keine Ahnung, vier Folgen aufnehmen, wäre gar kein Problem. Hochladen an und für sich auch nicht, aber... Wie gesagt, es muss ja auch irgendjemand anschauen, das Ganze. Oder es muss einem die Chance gegeben sein, das Ganze mitzuverfolgen. Da finde ich das vielleicht nicht... Dickicht-Ausgrabungen. Okay, ich... Ich, 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 ich... Wo bin ich eigentlich grad? Naja. Da werde ich mich vielleicht noch ein bisschen fernhalten. Da oben schießt schon jemand. Das sieht's. Ah, soll der mal schießen. Ne, das finde ich ein bisschen unproduktiv. Ähm, ist jetzt nur meine persönliche Meinung dazu. Natürlich gibt's auch ein paar Leute, die sagen, hey, ich würde jeden Tag, ich würde jetzt so gern auch, äh, Fallout spielen, aber meinetwegen, es gibt meine... Mein Rechner gibt's nicht, ja, und dafür würde ich dann liebend gern jeden Tag drei Stunden lang YouTube-Videos von Fallout 4 gucken. Aber... Man, hier sind überall... Überall schon Orte. Ich bin jetzt schon hier sehr abgelenkt. Es ist vielleicht ein bisschen unfair anderen YouTubern gegenüber, wenn man komplett das ganze Spiel durchrusht. Und... wow, wow, wow. Spinnig. Oh, Schocke. Ja, es ist, äh, ich finde das dann ein bisschen, wie gesagt, unfair anderen YouTubern vielleicht gegenüber, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, so viel aufzunehmen oder das alles so schnell hochzuladen und... Ah, hier haben wir noch mal einen. Zack. Oh, voll ins Auge. Oh. Von dem her möchte ich's trotzdem weiterhin so beibehalten. Täglich ein Video, das sollte eigentlich reichen. Aber ich möchte es zumindest auf der Karte haben, hier oben. Äh, ja, so weit dabei behalten, ein Video täglich. Und falls mich hier die Sucht packt, wie gesagt, das Ganze dann über... ähm, über einen Stream zu machen. Da wäre es natürlich auch interessant, wie ihr darüber denkt. Na, bitte auf die Karte damit. Oh, 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 oh. Ich glaube, das... Genau. Oh. Ein bisschen hat's mich erwischt, aber es war gerade noch just in time. Ja, genau. Äh, Raider auch noch. Ah, ich bin nun mal wieder weg. Da ist mein Hundchen. Äh, wo war ich gerade? Genau da die Meinung von euch dazu, wäre mir sehr recht natürlich, das zu erfahren. Oh Mann, hey. Das ist so übel. Red Scorpion. Oh, jetzt hat er sich auch schon eingegraben. Super. Und? Wo ist der Hund? In your face. Da schießt er vorbei. Bösartiges Viech. Oh, 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 oh. Wow. Wow, wow, wow. Oh, Hundi-Line. Hier. Gibt ein... Gibt ein Spritzchen arsch. Wow. Also, ähm, ja. Red Scorpion, böse. Raider, böse. Eigentlich alles, böse. Oh, gibt's hier auch eine Straße dahin? Okay, ich geh hier mal die Straße entlang. Ich geh mal die Straße. Vielleicht ein bisschen, äh, sicherer. Vielleicht. Ich hoffe. Da ist 100 pro was versteckt. Na, ich... Wie gesagt, ich könnte ja auch hier gerade stundenlang doch jubeln, aber... Oh, Red Hirschkuh. Oh, was haben wir denn hier? Improgewehr kurz. Und eine Patrone. Ja, sehr gigantisch. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal mehr Munition bekommen, denn das Ganze, das ist schon... Ja, Munitionsfressen. Wo sind wir gerade? Ah, ja. So ein Stückchen weiter runter. Jetzt kommen hier auch noch Blähfliege. Und da ist es halt wirklich gut, wenn man gut trifft. Jawoll. Ha! Denn man spart Munition. Nerven. Lebenspunkte. Wo ist mein Hund schon wieder? Den kann man nicht allein lassen. Was haben wir denn hier? Schlammbohne und was los? Grüne Pilze, ja. Sammeln. Ah, Blähfliegenfleisch, Plastiklöffel. Aber die Blähfliegen, die waren doch weiter hier unten, oder? Tja, das ist jetzt schlecht zu sagen. Da sind ja die Fetzen da noch irgendwie weggespritzt. Ja, Gegner über Gegner. Ha! Dacht mir, das Ganze wäre vielleicht ein bisschen friedlicher am Anfang. Äh, ich sollte mal was essen. Fällt mir grad so auf. Inventar. Watama. Wir haben noch lecker Essen dabei, glaube ich. Hundefutter in der Dose. Mh, lecker, lecker. Hier. Rattenhappen. Wir müssen jetzt endlich mal was gegen die Radiation unternehmen. 300. Ah, okay. Das passt. Wir sind grad bei 200. Wenn man hier rechts guckt, ein Strich mal 100. Sind wir bei 100. 200, 280. Und jetzt füllt sich auch das Essen oder unsere Gesundheit dann wieder komplett auf, fast. Da unten ist eine Hütte. Fliegendes Auto? Ich musste jetzt in die Hütte rennen. Entschuldigung. Ich hab grad schon was gesehen. Ja, okay. Nur Kakerlack. Ah, da hinten. Da ist noch eine Blähfliege. Äh, Torso. Bämms. Was, da war eine Haarbürste drin. Ah, Hirnpilz. Mein geliebter Hirnpilz. Hallo Hund. Super Kleber. Sehr geil. Ah, ich liebe es. Hund, komm. Anscheinend haben schon einige Leute ihren Hund, ähm, quasi abgeschoben und lieber, ähm, Mr. Handy mitgenommen. Boah. Mistvieh. Ah. Schleicht sich das einfach so an. Wo war das? Blähfliegenfetzen. Blähfliegenfetzen. Ja. Wir gehen wieder hoch. Ähm. Ach. Ich liebe es, ja. Ne, manche Leute haben schon den Hund, ähm, quasi zu Hause gelassen. Ah, das sind noch Blähfliegenfetzen. Ähm. Oh, mein Gott. Jetzt schon wilder Ghul. Naja, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Followed im Ödland. Ciao. Macht's es gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.